Bayern gewinnt den DFL Supercup, Wolfsburg fliegt aus dem Pokal und UEFA Europa Fußballerwahl. Das hat sich nicht nur super gereimt, sondern sind auch die wichtigsten News und Themen der aktuellen Fußballwoche. Ich bin's, Neurold Football und willkommen zum meist gewünschten Format auf diesem Kanal. Ihr habt sehr lange, sehr sehr lange auf dieses Format gewartet. Ich habe es euch versprochen, heute gibt es die erste richtige Folge von News der Woche. Wolfsburg fliegt aus dem DFB-Pokal. Das DFB-Sportgericht hat entschieden. Der VfB Wolfsburg, der das Erstrundenspiel gegen Preußen Münster eigentlich mit 3 zu 1 nach Verlängerung gewonnen hatte, ist nun doch wegen eines Wechselfehlers von Trainer Marc van Bommel nachträglich aus dem deutschen DFB-Pokal ausgeschlossen worden. Preußen Münster, das Team, das in der Verlängerung gegen Wolfsburg mit 3 zu 1 unterlag, legte Protest gegen die Wertung des Spiels ein. Grund dafür ist, dass der VfL anstatt erlaubte 5 Spieler fälschlicherweise 6 Spieler eingewechselt hatte. Diese Woche Montag kam es zu einer Verhandlung am grünen Tisch und da wurde entschieden, dass der VfL Wolfsburg wegen den einen Wechselfehlers dieses Jahr aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen wird und dass anstelle von Wolfsburg Preußen Münster an der zweiten Runde teilnehmen darf. Weil viele schon danach gefragt haben, was meine Meinung zum Wechselfehler und dem Urteil vom Sportgericht ist, sage ich es einfach kurz und schnell in diesem Video. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann verstehen, dass Preußen Münster Protest eingelegt hat, also No Hate an Preußen Münster, sympathischer Verein. Und ich wohne auch in der Nähe, war auch selber mehrmals bei den Spielen von Preußen Münster, also No Hate an den Münsterländern. Also wäre ich Preußen, würde ich an deren Stelle halt dasselbe tun, ist halt nur logisch. Was ich allerdings nicht verstehe ist, wie ein Fan ist der Schiedsrichter oder der vierte Offizielle daran schuld. Ja, ich weiß, die Trainer sind selber für die Wechsel zuständig und nicht der Schiedsrichter. Aber ist der Schiedsrichter oder der vierte Offizielle nicht da, dass die Fußballregeln eingehalten werden? Also dafür werden sie doch bezahlt. Ich kann das Urteil 100% verstehen, wenn Marc van Bommel ohne was zu sagen einfach gewechselt hat. Aber wenn er extra zum vierten Offiziellen hingegangen ist, gefragt hat, ob man einen sechsten Spieler einwechseln darf, weil bei anderen Wettbewerben man das auch darf und der Schiedsrichter nichts dazu sagt oder nichts sagt, dass es verboten ist, ist es meiner Meinung nach ein Fehler des Schiedsrichters. Und praktisch gesehen hat man den VfW betrogen, indem man den Verein eine falsche Information gegeben hat. Ich mache euch mal ein Beispiel, damit ihr es besser versteht. Stellt euch mal vor, ihr seid neu an einer Schule und ihr kennt die Regeln noch nicht richtig. Und an der Schule, wo er vorher war, durfte er sein Handy auf den Schulhof benutzen. Und zur Sicherheit fragt er nochmal bei der Klassenlehrerin nach und fragt, ob er sein Handy auf den Schulhof benutzen darf. Und die Lehrerin sagt, obwohl eigentlich in den Schulregeln steht, dass Handys auf den Schulhof verboten sind, sagt, es ist erlaubt, man darf sein Handy auf den Schulhof benutzen. Dann, klar, widersprichst du deine Lehrerin nicht, weil du kennst die Regeln noch nicht richtig. Du denkst, ach sie arbeitet hier, sie muss die Regeln kennen. Also geht ihr davon aus, das stimmt. Dann gehst du zur Pause, benutzt dein Handy auf den Schulhof, dann wirst du von einem anderen Lehrer angeschnauzt, dass du dein Handy auf den Schulhof benutzt hast und dir wird das Handy eingezogen. Was glaubt ihr, wer hat dann am Ende Schuld? Klar, der Schüler hat, er muss die Regeln kennen. Aber wer ist Schuld daran, dass er überhaupt den Regelverstoß begangen hat? Überlegt mal. Klar ist es kein gutes Beispiel, aber bestimmt wisst ihr, was ich meine. Ich würde vielleicht ein Wiederholungsspiel eher bevorzugen. Klar hat Wolfsburg den Wechselfehler gemacht, aber ich weiß nicht, ob dieser sechster Spieler wirklich den VfV Wolfsburg zum Sieg verholfen hat. Ja, aber ich wette mit euch, würde dasselbe beim BVB Freiburg, Schalke oder Borussia Mönchengladbach passieren, wäre die Meinung in der Öffentlichkeit über das Urteil eine ganz, ganz andere gewesen. Aber wir wussten schon immer, dass diese Traditionalisten, die eigentlich immer für Fairness im Fußball sind, immer sehr doppelmoralisch unterwegs sind. Ja, der VfV Wolfsburg legt meines Informations nach Protest gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts ein. Wir werden mal sehen, wie es die Tage so läuft. Was ist eure Meinung zum Urteil? Auf welche Seite seid ihr? Preußen-Münster, Wolfsburg oder irgendwas anderes? Und ja, kommen wir weiter zum nächsten Thema. Hummel veröffentlicht LGBTQ-Warm-Up-Trikot. Die dänische Sportmarke Hummels hat ein extra maßgeschneidertes Trikot entworfen, das die Farben und Vielfalt im Profifußball feiern soll. Das Regenbogen-Aufwärmtrikot von Hummel besteht aus mehreren Flaggen von der verschiedenen LGBTQIA-Gemeinschaft. Zum Beispiel Homosexuell, Bisexuell, Transsexuell, Arztsexuell, Schwul, Lesbisch, Neirolfsexuell oder was es sonst noch gibt. Das Trikot wurde anlässig des Kopenhagener World Pride 2021 und wegen einer weiteren Veranstaltung kreierte, die ich gerade vergessen habe, aufzuschreiben. Aber egal, die Trikots wurden von Everton, Southsenden und Brandby vor ihren ersten Ligaspiel getragen und hofft durch die Versteigerung der Trikots Geld für mehrere LGBTQ-Plus-Programme zu sammeln. Und ja, meiner Meinung nach eine tolle Aktion. Ich bin immer für mehr Vielfalt und Toleranz im Fußball. Jeder darf lieben, wen er will, solange man niemandem damit schadet. Über das Design kann man sich streiten, ist auch nicht meins, aber das Trikot wird jetzt nicht wirklich in Spielen getragen, sondern nur kurz als Aufwärmtrikot für das eine Spiel. Bleiben wir beim Thema Trikots, denn wir müssen über die neuen Puma-Ausweichtrikots reden. Zum Gegensatz zu Hummel meinte Puma das wirklich ernst mit den Trikots. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, vor kurzem veröffentlichte der Sportartikel-Hersteller Puma in Zusammenarbeit mit einigen bekannteren Fußballvereinen ein neues originelles Trikot-Design. Darunter sind beispielsweise Vereine wie Manchester City, Borussia Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Olympique Marseille und Fenerbahce Istanbul. Borussia Dortmund wurde anscheinend auch gefragt, dass sie auch dieses Trikot-Design haben wollen. Sie haben aber dankend abgelehnt. Die Reaktion im Netz auf das neue Trikot-Design war jetzt nicht so besonders gut. Die meisten kritisieren daran, dass man das Club-Logo einfach entfernt hat und stattdessen gegen einen Brustring mit den passenden Vereinsnamen wechselte. Vor zwei Tagen gab es bezüglich der Trikots eine ganz kuriose Szene. Als ein Fener-Spieler den ersehentlichen Treffer in der UEFA Conference League gegen HJ Carl Sinki erzielte, wollte der glückliche Torschütze zum Jubel das Vereinswappen küssen. Aber nach langen Suchen hat er gemerkt, ja mit diesem Trikot, auf diesem Trikot ist das Logo nicht, also hat er aufgegeben. Schlecht für den Torschützen, lustig für uns. Ich persönlich feiere das neue Design auch nicht. Klar hat das Trikot eigentlich Tradition, denn viele Teams sind früher ohne Vereinswappen aufgelaufen und nur mit den Namen auf dem Trikot. Aber was mich am meisten stört, ist der Sponsor. Ich glaube ohne Sponsor sehen die Trikots deutlich besser aus. Aber auch seid mal ehrlich, die Trikots sehen aus, als hätte man die aus so einem Euro-Shop geholt, wo in so einer Kiste mehrere Trikots von mehreren Vereinen sind, 100% Fake sind und so 5-10 Euro kosten. Oder nicht? Bayern gewinnt den DFL Supercup. Am Dienstagabend ging es für den Pokalsieger Dortmund und den deutschen Meister FC Bayern München im DFB Supercup zur Sache. Der deutsche Rekordmeister konnte das Duell im Westfalenstadion mit 1-3 durch den Doppelpack von Lewandowski und ein Tor von Thomas Müller für sich entscheiden. Das einzige Tor für die Dortmunder erzielte Marco Reus in der 64. Minute, aber war allerdings zu wenig. Also Julian Nagelsmann, erster Pflichtspiel-Sieg bei den Bayern und erster Titel in seiner noch jungen Trainerkarriere. Schalke verliert 1-4 auswärts gegen Jan Regensburg. Also nichts Neues machen wir weiter. Petro, 31er Move, der ehemalige Barca-Flügelspieler Petro macht einen historischen Schritt. Er ist der erste Spieler seit 1985, der von der Aas Rom zum Erzrivalen Lazio gewechselt ist. Angreifer Petro wird künftig für Lazio Rom spielen. Über die Ablöse-Modalitäten gaben die beiden Serie A-Klubs nichts bekannt. Richten zufolge gibt Aas Rom Petro aber ablösefrei ab, um seine 3 Millionen Jahresgehalt einzusparen. Bei den Bianco Lilis, Bianco Lilis, ich nenne die einfach so, soll er rund 2,5 Millionen Euro jährlich verdienen. Wer wird UEFA-Spieler des Jahres? Darüber wird aktuell wieder diskutiert. Wer wird UEFA-Spieler des Jahres? Robert Lewandowski kann seinen Titel als Europa-Fußballer des Jahres nicht mehr verteidigen, denn er gehört genauso wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo nicht zu den drei Finalisten zur diesjährigen Wahl. UEFA hat die drei verbliebenen Kandidaten für den Titel Europas-Fußballer des Jahres verkündet. Mit Angolo Kante und Jorginho kommen zwei von ihnen vom Champions-League-Siegerverein FC Chelsea. Jorginho gewann dazu auch noch überragend die Europameisterschaft mit Italien und wurde ins Team des Turniers gewählt. Dritte nominierte ist Kevin De Bruyne, der laut Kicker kurz mal der bestbenutigste Spieler der EM war. Dann hat er noch Champions-League-Finale mit Manchester City gespielt und hat auch mit Manchester City die Liga gewonnen. Die drei nominierten für den Titel Trainer des Jahres? Thomas Tuchel, Champions-League-Sieger mit Chelsea, Roberto Mancini, Europameister mit Italien und Pep Guardiola, englischer Meister und Champions-League-Finalist mit Manchester City. Ja, Titelverteidiger Jürgen Klopp ist nicht von der Partie. Viele beschweren sich über die ganzen Nominierungen. Meiner Meinung nach kann ich jeden Nominierten zu 100% nachvollziehen, weil, wie viele nicht wissen, geht es um den UEFA-Spieler des Jahres und dort geht es hauptsächlich um die UEFA-Wettbewerbe, EM, Champions League und Europa League. Und die nationalen Landesmeisterschaften, Bundesliga, La Liga und so, sind da eher nicht so wichtig. Deswegen ist auch Robert Lewandowski, Lionel Messi und Kylian Mbappé meiner Meinung nach natürlich nicht dabei. Und komme bitte nicht mit, Messi hat aber die Coppa gewonnen oder Robert Lewandowski hat 41 Tore in der Bundesliga geschossen und damit den Gerd Müller-Rekord gebrochen. Wie gesagt, es geht um UEFA-Wettbewerbe hauptsächlich und nicht um die eigene Liga. Also finde ich, kann man die Nicht-Nominierungen von Lewandowski und Messi nachvollziehen. Also Europas Fußballer des Jahres wird meiner Meinung nach Jorginho und Trainer des Jahres Roberto Mancini. Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche dieses Format wöchentlich zu bringen. Versprechen kann ich euch nichts, aber ich werde es wenigsten versuchen. Also bewertet gerne dieses Video, wenn euch dieses Format gefallen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.